Damit der Straßenverkehr in Bewegung bleibt, braucht es perfekte Koordination. Sonst entsteht Stau. BMW probt bereits das geschickte Zusammenspiel aller Verkehrsmittel. Mit der Initiative Kooperatives Verkehrsmanagement im Münchner Norden. Denn wir wollen, dass sie weiterkommen. BMW. Freude am Fahren. Was duftet denn da so lecker? Unser französischer Fischtopf. Seelachs, Tiefseegarnelen, feines Gemüse, abgeschmückt mit Kräutern der Provence. Und der Hummer da? Mit bekannter Soße und ofenfrischen Baguette. Können Sie sich doch eine Hälfte gleich hier. Und die andere Hälfte? Die nehmen Sie für Ihre Freundin mit. Dazu noch eine Flasche trockenen Weißwein. Gute Idee. Und von dem hier richte ich schöne Grüße aus. Nordsee. In Fisch die Nummer 1. Nordsee Musik Es gibt gute Gründe, Qualität zu tanken. ARAD. Alles super. Man sollte in einem Auto reine Luft atmen können. Natürlich. Das Astra-Rheinluft-Filtersystem. Ohne gleich ein Jahresgehalt hinblättern zu müssen. Der neue Opel Astra. Eine Generation voraus. I want to go to Kashmir. Now. I was looking for you all day. And I found you. Kashmir. Parfum Shepard. Toll. Bedienung. Bitte? Shampoo, Haarfarbe, Dauerweckur und ein Föhn. Wie bitte? Alles von Goldwell. Soll ich meiner Frau mitbringen? Ach so, und für Sie? Einmal polieren, bitte. Goldwell. Eine klare Sache. Jetzt neu. Gelspray mit Wettscheineffekt. Gibt's nur beim Friseur. Verkauft mir kein Auto ohne Seitenaufbratsschutz. Ich meine, Stahlstreben in den Türen. Das Astra-Rundumschutzsystem. Der neue Opel Astra. Eine Generation voraus. Jetzt können Sie den vollen, zarten und aromatischen Geschmack von Lavazza genießen. Italiens Espresso Nummer 1. Er lässt sich problemlos mit jeder Kaffeemaschine auch zu Hause zu bereiten. Lavazza. Ein Zeichen guten Geschmacks. Albano und Romina Power. Ihre größten Erfolge jetzt auf einem Album. Mit Libertà, Sempre, Sempre, Felicità und der neuen Single Wincherei. Albano und Romina Power. Wincherei. Ihre größten Erfolge. Vielen Dank für die Album. Flecken, gerade heute. Hast du das nicht auch schon mal passiert? Tja, nicht richtig gespült. Es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr für Flecken. Neu, SOMA 2000. Phosphatfrei, chlorfrei und viel ergiebiger. SOMA 2000 spült fleckenlosen Glanz. Auf diesen fabelhaften Abend. Das neue SOMA 2000. Fleckenloser Glanz. Ohne Nachpolieren. Musik Beefy Hot Biss. Den Traum vom Fahren gibt es jetzt mit 2 Liter Motor, 16 Ventilen und 150 Pferdestärken. Ford Escort RS 2000. Der Traum vom Fahren in seiner sportlichsten Form. Der Traum vom Fahren in seiner sportlichsten Form. Musik red